Musik Kanzler und Vizekanzler zu Gast in der Länderkammer. Guten Morgen meine Damen und Herren, live auf ORF3 hier aus dem Hohen Haus in Wien. Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner stellen heute auch in der Länderkammer das erneuerte Regierungsprogramm vor. Anschließend diskutiert Finanzminister Hans-Jörg Schelling in einer Aktuellen Stunde mit den Bundesratsabgeordneten über die Budget- und Finanzpolitischen Zielsetzungen in diesem Programm. Die Sitzung ist die erste unter dem Vorsitz der neuen Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann von der ÖVP Tirol. Tirol hat turnusmäßig im Jena die Präsidentschaft von der Steiermark übernommen. Themenschwerpunkt der sechsmonatigen Amtszeit von Sonja Ledl-Rossmann ist die Zukunft der Pflege. Wir gehen jetzt live in den Plenarsaal, wo in Kürze Sonja Ledl-Rossmann die Sitzung eröffnen wird und auch gleich ihre Antrittsrede halten wird. Geschätzte. Vielen Dank. Vielen Dank.